Du kennst vielleicht bereits die Funktionsblöcke aus Blockly. Ein Funktionsblock ist nichts anderes als ein Unterprogramm. Und ein Unterprogramm sollte dir das Hauptprogramm vereinfachen. Das heisst, du kannst ein Unterprogramm an verschiedenen Stellen immer wieder verwenden. Wir können das hier jetzt zum Beispiel folgendermassen machen. Ich kann ein Unterprogramm schreiben. Das mache ich folgendermassen. Sub. Ich muss also zuerst sagen, das ist ein Unterprogramm. Und dann muss ich diesem Unterprogramm einen Namen geben. Zum Beispiel Stoppen. Jetzt soll er also das Unterprogramm Stoppen laufen lassen. Und ich möchte jetzt also, dass diese Motoren hier, dass wenn sie gestoppt werden, dass das über das Unterprogramm abläuft. Jetzt kann ich anstatt Motoren stoppen mit zwei Zeilen, kann ich zum Beispiel jetzt hier schreiben, Call Sub. Das heisst, rufe das Unterprogramm ab mit dem Namen Stoppen. Was sie jetzt macht, ist, wenn hier das Unterprogramm abgerufen wird, dann geht er hier nach oben. Jetzt habe ich hier aber noch einen Fehler gemacht, nämlich das Unterprogramm ist hier im Event Prox. Das gehört normalerweise ganz nach oben, bevor irgendeine Schlaufe abläuft. Das heisst, hier ganz oben werde ich alle Dinge definieren, also Unterprogramme und zum Beispiel auch Variablen. Das wird also zuallererst einmal geladen und dann kann er jederzeit wieder nach oben springen. Wir schauen mal an, was passiert, wenn ich das lade und ausführe. Er fährt und springt jetzt direkt in dem Moment zum Unterprogramm Stoppen. Vorteil von dem ist, dass ich hier auch komplexere Programme schreiben kann, also die vielleicht mehr als nur zwei Zeilen, haben vielleicht fünf, sechs oder zehn Zeilen und ich habe dann hier, habe ich sehr eine starke Vereinfachung. Also ich kann zum Beispiel Call-Sub stoppen oder andere Unterprogramme an verschiedenen Orten immer wieder brauchen.